Und hier drin kriegen wir Licht an. So, exzellent, du kannst losgehen. Da, nimm diesen Kukodex! Okay, der Kukodex ist das erste Item, das wir für die... Das bringt mir jetzt nichts. Für das Master Schwert brauchen. Und das ist cool. Ja, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Sehen wir doch mal vorbei, wie es dem kleinen Decay geht. Und wie ist es dir? Wer bist du denn? Hallo? Die Welt ist so negründlich. So, hallo? Du, wie geht's denn dem kleinen Decay? Ich hoffe, die Decay wird so stark und gesund, wie du es bist. So, hi. Da kommen wir nicht weiter. Wir können noch mal in den Shop gucken. Der ist hier. Tut mir leid, der Zutritt ist. Besitzer in einer Mitgliedskarte vorbehalten. Neugierig, was es dort gibt? Das kann ich mir vorstellen. Ja, nervt mich nicht. Aber auch zu dieser Besitzkarte werden wir später noch kommen. Ähm. Wir gehen jetzt nach rechts. Da brauchen wir die Glutkerne für. So, und da ist ein Typ. Zawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Suche die dort lebenden Geister auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Wir gucken uns aber vorher nochmal den Baum an. Baumi, 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 Baum. Baum, Baum. Baume, Baum. Hi. Wow. Wow, der Tempeljahres-Seiten. Ja, okay. Gut, dass du mir das nochmal erzählt hast. Ich dachte, Smalltalk und so ist nicht so deins. Ja, schade. Komm, rein da. Rums. Und bla und blub. Hier geht's nämlich jetzt nicht weiter, wie so ein Gegner, aber die interessieren. Alter, hast du da gerade nach mir geworfen? Alter, ich bring dich um. Ich mach dich kaputt. So, hier wollen wir hin. Denn da ist ein seltsamer... Wie furchtbar, so ein Tempel. Äh. Ist auf so ein Brosia gestürzt. Oh, was ist das? Ein Tempel. Da bist du Brosia, doch ein geheimer Ort. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich zurückkehre. Natürlich nicht. Nö. Niemand. 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 Niemand sieht dich. Nein, nein. Ich versteck mich hier auch gar nicht hinter dem Baum. Und so. Und ich geh dir auch gar nicht hinterher. Ich glaub, da ist ganz gut. Nö, nö. Dich sieht schon niemand. Keine Sorge, Mädchen. Ich pass schon auf, dass dir keiner... Wow! Folgt! Ist dir jetzt mal gut hier? Ja. Komm. Du, noch umständlicher kann man gar nicht da hochgehen. Aber hey. Dir folgt schon keiner. Kein Ding. Wow, das war knapp. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja. Du. Du, du brauchst gar nicht wiederkommen und gucken. Ich bin gar nicht da. Also, so ist es nicht. Ach so. Und dann gehst du... Ah, okay. Ja. Ich, ich versteh schon. Danke. Gut. So. Bevor wir jetzt allerdings dieser Frau oder was auch immer das war, weiter folgen, gehen wir hier nach links. Und man sieht erstmal oben in unserem Menü hat sich die Währung geändert. Wir sind wieder bei Null angekommen. So, willkommen in Soborsias Tanzsaal. Äh, ich bin dabei. Dann reihe dich ein. Und brauchst du eine Einweisung? Nein. Das ist quasi ein Taktspiel. Und ich hab's voll verkackt. Aber egal. Ich glaub, das passt noch. Zack, zack. Okay. Zam, pam, blum. Dab, dab, buh. Rechts, rechts, rechts. Das ist... Okay. Das ist... Okay. Wow, ich bin ziemlich weit hier. Links, links, rechts. Oh, rechts. Äh. Wow, wie erbärmlich verzieht ich. Okay, das war jetzt schlecht. Das davor war okay. Cool. So, wir machen das nochmal. Ja, komm. Bla, bla. Nein. Rechts, links, rechts, links, A. A, 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 ja. Wow, das ist kreativ. Ah, ah, ah. Ah. Wie erbärmlich, was soll das? Schmeiß mich nicht mal raus hier. Ja, komm, ich brauch keine Einweisung. Rechts, links, rechts. Ah, da, ja. Ja, be, ja. Ah, be, ja. Ja, be, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist so einfach. Aber man muss halt den... Ja. Rechts, links, rechts. Man muss den Startpunkt quasi finden immer. Da, was soll das? Ich hab rechts gedrückt. Alter, verarsch mich nicht. Meine Güte, ich muss das doch nur kurz schaffen. Hey, wow. So. Danke. Wie war das jetzt? Links, A, A. Links. Links, rechts. Nein, das war rechts. Ach Gott. Diesmal war es mal ein Fehler. Das sehe ich ein. Ja. Komm schon. Das ist... Dumm. Ich muss jetzt mal aufpassen. Rechts, rechts, links. Danke. Ah, links, rechts. So rum. Und der Sound, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was das ist. So. Ab, da, jeb. Ab, da, jeb. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Hüpp, dab, hüpp. Hüpp, hüpp, tschä. Hüpp, dab, dab. Bombs, Bombs, Bombs. Und dann mehr. Und dann mehr. Ja, ey, du hast echt was drauf. Damit ist unser Tageszieger. Dein Preis ist ein Boomerang. So. Wäre das auch geschafft. Mein Gott. Jetzt habe ich einen Boomerang. Der kann sowas Lustiges da. Und. Oh, war das nervig, ey. Viel machen können wir in dieser Lava-Welt allerdings noch nicht. Da hier überall halt Löcher sind oder sowas. Ähm. Wir wollen, dann kommen wir mal direkt. Ja. Rubine nützen gar nichts. Du hast Erzbrocken. Erzbrocken. Moment. Gab es hier nicht auch einen, der so ein Geheimnis von mir wollte? Yep. Ne, der war in der Schmiede. Komme ich schon in die Schmiede? Komme ich schon in die Schmiede? Ich muss mal eben nachgucken. Hier ist die Schmiede. So, hi. Ähm. Ne, das war nicht die Schmiede. Die Schmiede war dann nach hier unten, oder? Ja, da war die Schmiede. Da komme ich auch ran. Mal gucken. Ich bin ja gerade echt scharf auf diese Geheimnisse. Gebe ich zu. Hallo, Duda. Komm. Okay. Ähm. Gut. Da unten wäre das auch noch vielleicht was. Egal. Wir gehen jetzt zu dem Ort, an den wir wollen. Denn dieser magisch-mysteriöse Ort ist hier hinten. Es ist, äh, der sagenumwobene, der einzigartige, der große, der wundervolle und wahnsinnig prächtige, der Tempel der Jahreszeiten. Hallöchen. So. Äh, endlich bist du gekommen, als der Tempel versenkt wurde, zweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, in dem wir vier Geister eine wohnen. Juhu, ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling? Oder den Sommer? Den Herbst? Nicht doch, du wirst den Winter lieben. Erhalte den Stab der Jahreszeiten und suche uns. Äh, 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 äh. Nun bringen wir uns Geister in die Jahreszeiten. Ja, den Stab müssen wir jetzt in die Türme bringen. Und wir sehen, der Winter ist rechts unten. Mit dem fangen wir an. Denn das ist der einzige, der momentan erreichbar ist. Oh boy. Also gehen wir... Ja, da sieht man zum Beispiel, da kommt man nicht rein. Hier kommt man rein, das steht nämlich alles hübsch sperrangelweit offen. Und wir haben den Boomerang. Welch ein Zufall. Man könnte auch eine Bombe da hochwerfen, aber... Nö. Ähm, hier hoch. Und dann ist da der erste Haidu. Wow. Wow, 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 wow. Flieg um mich rum. Yeah, Baby. Danke, dass du kommst. Träger das Heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen den als unsere Werte gewährt. Nun lass mich den Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab vor einem Baumstumpf aus. Sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte eile zu dem... Äh, bitte eile den zur Hilfe. So rum. Badadada, dem Stab der Jahreszeiten und den Hauch des Winters verliehen. So, und jetzt wollen wir hier ganz schnell wieder weg, denn dieser Ort ist wahnsinnig unschön. Und nicht einem Helden würde ich. So, das muss wieder auf blau. Huh, Blätter, 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 Blätter. Ah, der Baum will was von mir. Was ist denn los, Baum? Es war also der Start der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank seiner Kraft. Im Traum sah ich einen Gehölz östlich von mir. Dort mag eine Essenz liegen. In der O, kannst du an meiner Stelle dort hingehen? Okay. Oh, wow. Let's go. Ja, wir wollen da lang. Also, das heißt, hier so wieder runter und so. Und einfach mal wieder den Bumerang werfen. Ich meine, wofür hat man das Spielzeug denn schon? So. Und, ähm, wo ging es nochmal raus? Ich glaube, hier oben wieder, ne? Bin ich von... Moment, bin ich von... Nein, ich bin nicht von hier gekommen. Ich bin von hier gekommen. So. Dann geht's hier hoch. Und hier hoch. Und da rein. So. Nein, 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 nein. Das war Fail. Das war absolut Pro, meinte ich natürlich. Ich meine, es wäre unfair, den Gegnermassen mit mehr als vier Herzen entgegenzugehen. Und deswegen habe ich auch gleich wieder eins aufgesammelt. Und da schon Winter ist, brauche ich das? Ach, es ist Herbst. Da ist er. Wow, boy. Wow, Nelly, du hast ihn in den Stab der Jahreszeiten. Während dem Stab der Jahreszeiten die Kräfte der Geister der Jahreszeiten in der Wohnen. Kannst du die Jahreszeiten ändern? Dann bist du lange, wenn du die Kräfte der Geister der Jahreszeiten wohnst. Und das habe ich verstanden. Das brauchst du mir nicht erzählen. Also, ähm... Ja. Wir sollen quasi immer wieder mal zurückkommen. Und dann gucken, ob wir vielleicht noch mehr Dingsbumsis hier bekommen können. Oh, es ist Winter. Wundervoll. Juhu. Das hat sich... Moment, das hat sich sogar echt gelohnt. Denn jetzt kann man... Oh Gott, Schildfresser. Ähm... Hier konnte man doch jetzt was reißen. Genau. Man konnte da rüber. Düüüüü. Oh, das Lied. Das... Ah! Das spielt er! Mit seinem Grammophon-Dingsbums da. Wie cool ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Das war cool. Also, wir wollen hier hoch. Und hier was mitnehmen. Hier gibt es bestimmt ein Geschenk für mich. So, hier irgendwo. Ja, eine Höhle. Perfekt. Oh, ein Herzteil. Na, das nehme ich doch dann gleich mal mit. Yo, im Untermenü sehe ich, wie viele Teile ich habe. Das ist aber schön. So, wir gehen hier runter. Zu ihm hoch brauche ich gar nicht, weil das bringt mir eh noch nichts. Also, wir wollen hier lang. Bam, bam, ba-dam. So, sie sagt im Osten. Osten ist da. Nicht da. Ich meinte natürlich, hier auch nicht. Sondern mehr so hier in der Ecke irgendwo oben im Moment. Das ist Norden.